So, das Moped steht jetzt schon seit Ende Oktober, jetzt probiere ich mal einen Start-Shop ziehen, ganz wichtig, Zündung ein. Können wir es losen? Können wir es losen? Wird nix. So, Batterie wurde aufgeladen auf 24 Stunden, ist montiert und jetzt mache ich mit einer vollen Batterie einen neuen Versuch. Wie gesagt, Schockziehen, Zündung einschalten, Leerlauf und probieren. Hold on! See work! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Läuft!